Hallo und herzlich willkommen zum ersten Video auf diesem Kanal. In diesem Video werde ich euch vorstellen, was ihr für die kommenden Videos auf diesem Kanal wissen müsst. Die Kenntnisse, die ihr für das Video, das ihr gerade anschaut, haben müsst, stehen in der Videobeschreibung. Wir versuchen aber möglichst keine Voraussetzungen zu setzen. Die Konjugation und Deklination, ihr müsst nur nicht wissen was das ist, findet ihr auf einer Website wie zum Beispiel Gottwein. Vokabeln könnt ihr zum Beispiel mit einem Vokabeltrainer lernen, irgendeinem Buch, aber auch mit einem Übersetzer. Ihr könnt sowohl Vokabeln als auch Grammatik mit einer Latein-Lernsoftware, zum Beispiel Navigium, lernen. Die Videos basieren auf dem Buch Adiamus. Ihr könnt dieses oder ein anderes Buch gerne für Übungen verwenden. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir diese gerne in die Kommentare schreiben.